Habt ihr Lust, euch mal wieder so richtig auszupowern? Dann besucht das Abenteuerland in Bispingen. Im modernsten Trampolinpark Deutschlands wartet actionreicher Freizeitspaß auf euch. Als Held in eurem eigenen Computergame springt ihr gemeinsam mit Freunden und Augmented Reality-Anbindung durch fantastische Welten. Beim Bezahlen mit der Karte der Kreissparkasse Waldrode gibt es außerdem noch zwei Prozent Rabatt.